Das Gestütsprähe begrüßt Sie zur Decksaison 2016. Auch in diesem Jahr haben wir eine erlesene Hengst-Kollektion für Sie, liebe Züchterinnen und Züchter, zusammengestellt und wir hoffen, dass für Ihre Stute der passende Hengst dabei ist. Für die Decksaison 2016 wünschen wir Ihnen Gesundheit und Erfolg im Züchterstab. Dennis Nielsen, so heißt er, der neue deutsche Meister im Springreifen. Die vierfachen Megle Champions, Desperados FH, Christina Bröhring-Sprehe.